Also, zweiter Versuch. Wir sind ungefähr 50 Kilometer vor Yazi, oder wie es heißt, Yazi, vor der moldawischen Grenze, auf der rumänischen, vierspurigen, keine Ahnung, wie man es nennt. Autobahn ist es nicht, aber sowas in der Art ist es schon. Und es ist tierisch beschissen. Die Straße ist größtenteils kacke, der Verkehr ist größtenteils heftig, und es ist sau hässlich. Wir haben gerade was gegessen, in einem Ort, der irgendwie Flora Tamelli oder so ähnlich heißt, war auch echt hässlich. Und jetzt versuchen wir, die nächsten 40 Kilometer einfach nur durchzupallern. Und dann in 20 Kilometer vor der Grenze zu zelten, oder so, und morgen über die Grenze zu fahren. Aber die Straße ist echt scheiße. Und weil wir keinen Bock darauf haben, in Moldawien überfahren zu werden, überlegen wir, ob wir teilweise nochmal nen Zug nehmen. Weil angeblich ist es in Moldawien noch schlimmer und die Straße vor allem schlechter. Hier kann man wenigstens noch ordentlich fahren. So, einigermaßen. Jo, tschö.